Servus Leute, mein Name ist RagingRabda.de und ich bin wieder da, wenn ich da mal kurz unseren glatzköpfigen Schwarzmann hier zitieren darf. Und zwar heute möchte ich nochmal kurz was anmerken, weil nachdem jetzt heute der Lanzensee innerhalb von zwei Minuten ausverkauft worden ist, gab es nochmal diverse kleine Springlein an Informationen und ein kleines Upsi vom Wargaming Asia-Server, der uns eventuell noch ein bisschen mehr Informationen geben kann, weil es wird so sein, also wie ihr es schon sicher gesehen habt, der Schwarzmarkt hat sich um eine Stunde verschoben. Heißt also für uns alle, die natürlich mitmachen wollen, um 4.45 Uhr aufstehen. Freue ich mich überhaupt nicht drauf, aber shit happens. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, weil nachdem der Lanzensee ja heute jetzt verkauft worden ist, hat sich da nochmal was ein kleines bisschen auf der Webseite von World of Tanks nochmal geändert zu diesem ganzen Schwarzmarkt. Und das möchte ich mit euch heute kurz mal ansehen, weil eben, weil World of Tanks Asia ein kleines Upsi gemacht hat, haben wir eventuell da eine Möglichkeit rauszuschauen, was noch kommen könnte. Weil es sieht so aus, als würde es eine neue Mechanik in diesem Schwarzmarkt geben. Aber noch ganz kurz zum Lanzensee, 10.000 Stücke waren da anscheinend und die waren in 2 Minuten ausgeverkauft. Obwohl jeder einzelne 8,5 Millionen Credits gekostet hat. Meiner Meinung nach, wie gesagt, eine super Sache, dass WGS erlaubt, Premium-Panze zu verkaufen mit normalen Credits, auch wenn es nur eine begrenzte Anzahl ist. Und meiner Meinung nach ist der Lanzensee auch wirklich nicht ein schlechtes Fahrzeug. Ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, dass ich persönlich den Lanzensee wirklich sehr gerne gehabt habe. Und unter anderem habe ich mit dem natürlich auch die dritte Gannmark erfarmt, als ich mit dem Panzer DM-54 Renegade-Marathon gemacht habe oder Regatte-Marathon. Aber nun schauen wir doch in die Webseite rein. Denn eben, hier haben wir jetzt neuerdings fünf Regeln gekriegt. Die erste Regel ist, wir treffen uns ausschließlich in eurer Garage. Ich denke, ihr wisst, wo diese Garage sein wird, unter Nachschub. Bei dem Raben hier habt ihr, wisst ihr, wo es dann sein wird. Morgen, früh oder am Abend, 5.00 Uhr morgens oder 17.00 Uhr nachmittags, abends. Eben, vergisst offizielle Anlaufstellen, das ist das einzige Wahre, was ist. Das ist nicht wirklich wichtig. Die zweite Regel ist ein bisschen kurios. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Die Angebotenlose, welche zweimal täglich um 17 Uhr Metz und 5 Uhr Metz. Bei jedem Los findet ihr einen Hinweis darauf, wie viele Einheiten eines bestimmten Angebots zur Verfügung stehen. Die Ware wurde weggeschafft, weil ihr es nicht rechtzeitig hier geschafft habt. Nichts für ein guter Kumpel, aber das ist hier nicht der Premium-Laden. Eben, sie sagen schlussendlich, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Also heißt das, ihr müsst, wenn ihr da mitmachen wollt, so früh wie es nur geht, dort sein. Oder nicht so früh möglich, sondern Punkt, 5 Uhr da sein. Dann, wichtig ist, Gold oder Kreditpunkte, sonst nichts. Wenn der Preis in Kreditpunkten angegeben ist, wird Gold nicht akzeptiert und umgekehrt. Das ist interessant. Wer gesagt damit also, dass sie keine Fahrzeuge mit Anleihen verkaufen wird. Das heißt natürlich dadurch, diverse Leaks, die eh noch nicht so richtig waren, ja, die sind dann natürlich nicht korrekt. Diese Leaks waren nicht korrekt, wenn sie gesagt haben, oh, der Panzer kommt in Anleihen. Das ist ein gutes Indiz, heißt auch, dass ihr euch nicht auf Anleihenfarmen oder so konzentrieren müsst. Des Weiteren, es gibt ganze sieben Tage. Heißt also, das ganze Event wird 14 Tage lang, äh, 14 Angebote beinhalten. Und wird höchstwahrscheinlich um 7, äh, 5 Uhr morgens, nächsten Mittwoch, ähm, 12. Februar fertig sein. Und zu guter Letzt, das ist die wichtige Regel, Regel Nummer 5. Wir können machen, was wir wollen, wann immer wir wollen. Wir bestimmen die Spielregeln. Gefällt es euch nicht? Ich denke, ihr wisst, wo es rausgeht. Hm, das könnte mein Motto meines Streams sein. Oder meine Videos. Wir behalten uns dann das Recht vor, neue Regeln einzuführen, wann immer wir wollen. Ihr haltet euch also besser auf dem Laufenden. Natürlich probiere ich, euch auf dem Laufenden zu halten, denn es sieht so aus, als wisst ihr, was diese fünfte Regel ist. Und wie schon der Titel des Videos erwähnt hat, es könnte eine Auktion geben. Eine Auktion für Fahrzeuge. Und da kommt das Upsi von dem Asia-Server ins Spiel. Und zwar, nachdem man im World of Tanks Ordner ein bisschen gebuddelt hat, findet man da diverse Strings raus, die verschiedene Sachen sagen. Unter anderem, black market bet failed, black market bet won, black market enter, black market exit and black market make bet. Und das sind alles anscheinend GUI-Sounds. Also, das sind diese Sounds, wenn ihr zum Beispiel da rauf geht in den Schwarzmarkt, so gibt es ganz spezielle Geräusche oder so. Und das ist ein gutes Indiz, dass da eventuell was kommen könnte. Und eben, es heißt schlussendlich black market bet, was ja eigentlich etwas zu bieten ist. Und dann habt ihr es gewonnen, habt es verkackt mit failed oder ihr seid reingegangen in den black market, sind rausgegangen aus dem black market. Und eben macht eine solche von diesem, bietet auf diese Panzer schlussendlich mit diesem black market bet. Und hier kommt eben das große Upsi. Keine Angst, es gibt gleich eine Übersetzung von dem, aber wichtig ist, die sechs hier. Diese sechs steht dafür, dass es sechs Regeln gibt. Und ihr merkt ja, hey, warte mal eine Sekunde, wieso gibt es keine sechs Regeln bei uns? Und wenn man das hier übersetzt, was jemand anscheinend gemacht hat, wie gesagt, alles mit Gewehr, ich kann kein Koreanisch, weil es anscheinend das war. Steht hier, it works like an auction. Also, es ist eigentlich wie ein Auktionshaus, wie eBay an und für sich. Das Bieten wird starten mit einer bestimmten Anzahl an Minimum und einer bestimmten Anzahl an Fahrzeugen oder Skins oder einfach von diesen Materialien. Und es gibt einen Minimumpreis. Jeder Spieler kann irgendwelche Anzahl an Credits raufhauen, um diese Panzer zu kriegen oder Dinge zu kriegen. Und diese Anzahl wird natürlich von ihrem Account weggenommen. Es gibt keine limitierte Anzahl für diese verschiedenen Beat-Einsätze. Und ihr könnt diesen Einsatz nicht ändern, bis das Ende vorbei ist. Und schlussendlich werden die Leute, die die höchsten oder die höchsten Anzahl an Credits oder Gold geboten haben, die kriegen dann schlussendlich diese Panzer. Und es gibt natürlich nur eine Top-N, also eine N-Anzahl an Panzern. Ja, und die anderen Leute, die nichts gewonnen haben, ja, die kriegen dann das Geld oder das Gold zurück. Interessant. Es ist wirklich interessant, dass Wallgaming ein Auktionshaus an und für sich macht. Und es ist wirklich komisch, dass Wege das macht, weil die Angst, den Panzer nicht zu kriegen, nehmen wir mal an, es ist ein T-22 Medium. Die Angst, diesen Panzer nicht zu kriegen, könnte natürlich heißen, dass viele Leute extrem viel Geld reinschaufeln, extrem viel Credits reinschaufeln. Und da natürlich dieses Bieten zeitbegrenzt ist, kann es natürlich sein, dass jeder dort mitmachen kann. Es kann ja sein, dass es über mehrere Stunden hinweg man bieten kann. Heißt also, sagen wir es mal so, der Panzer T-22 Medium wird verkaufen mit einem Minimum-Bitpreis von 10 Millionen. Heißt also, es gibt Leute, die packen jetzt 20, 30, 40, 50 Millionen drauf. Und die ganze Zeit wird das so 7 Stunden gehen. Heißt also, für Leute, sie können sich sogar jetzt überlegen, ihr wisst was, vielleicht kaufe ich mir noch einen Fort Knox und wandle noch ein bisschen Gold um, und biete dann 200 Millionen drauf. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Konzept und, sagen wir es mal so, normalisiert ein bisschen den Schwarzmarkt auf von Suchtis, hust, hust wie mich, also ich hätte ja noch richtig husten können, und auf andere Spieler, die halt mehr das Geld haben dafür. Ob es ein guter Shift ist, seid es dahingestellt. Ob es wirklich kommt, seid es dahingestellt. Aber die beiden dicken Linien, oder die beiden dicken, fetten, roten Zeiger, die zeigen genau auf das, dass es eventuell kommen wird. Amerika hat da leider ein bisschen Fehler gemacht gehabt, darum kriegen sie erst später den Sale. Und zu guter Letzt, das wurde mir im Stream heute gezeigt, ich kann euch aber sagen, das Objekt 703 Version 2, 100 Millimeter, wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Hier hat Ikibo auszusehen das 703 Version 2, 100 gezeigt, welches momentan in seinem Recovery ist, oder Wiederherstellungsgarage. Ja, es gab einen Fehler, und das hat Wege auch zugegeben, sie haben auszusehen den Accounts, diesen Presse-Accounts, haben sie auszusehen das 703 Version 2, 100 gegeben, haben es dann aber wieder weggenommen, weil sie noch nicht wissen, was sie mit diesem Panzer machen wollen. Wie schon das letzte Mal erwähnt, wir haben ja darüber geredet, Goldpreise, jeder Premium-Panzer kriegt einen Goldpreis, das wenn ihr den verkaufen würdet, damit ihr die Hälfte von diesem ungewandelten Goldpreis kriegen würdet. Und ihr könnt sehen, 220.000 Credits ist ein bisschen sehr wenig für einen Stufe-8er-Premium. Ja. Zu der Letzt gab es hier noch einen Leak, den wollte ich euch bis jetzt noch nicht zeigen, einfach aus dem Grund, ich wollte schauen, ja, ist der erste Tag überhaupt korrekt? Ich habe den auch nach der Quelle gefragt, die wir dann hier auch haben. Das Problem ist, der Leak-List ist already out, so Speculation of Rootless, aber, seien wir ehrlich, so eine List hätte ich auch machen können. Und wie ihr sehen könnt, es fehlt ein Lanzen C. Und da steht ein Waffenträger auf Ehrenhunde, der geht auch, welcher immer noch, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht kommen wird. Ich kann nichts versprechen. Ja. Sagen wir es mal so, ich gehe jetzt nochmal davon aus, dass diese Liste ein Fake ist, weil T-44-100 war ja auch so ein Panzer, der höchstwahrscheinlich kommen wird, weil er ja schon geteased worden ist von WG. Der ist jetzt auch nicht hier auf dieser Liste. Die Stile, die machen Sinn, meiner Meinung nach, hat ja WG ja letztes Jahr ja auch gemacht, aber es fehlt der Lanzen C. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass vielleicht zum Beispiel der Lanzen C den HWK-30 ausgetauscht hat, weil WG ist eine große Firma, die kann das vor Ort ändern. Da werden einfach kurz was im Admin-Tool, was abgeändert und boom, fertig. Aber ja, das sind die zusätzlichen Informationen, die wir zum Schwarzmarkt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich wünsche euch wirklich fettes Daumen drücken und viel, viel, viel Erfolg bei euch in diesem Schwarzmarkt. Vor allem, wenn es dann dieses schwarzes eBay gibt. Mein Name ist www.edgingrupted.de Wenn ihr mehr solche Informationsvideos sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Abo und ansonsten Cheers, Leute. Man sieht sich beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.